Und was sagt man dann? Wie kommuniziert man mit denen? Tja, wenn man dieses Buch hat, kein Problem. Zum Beispiel im Supermarkt. Gibt es das hier auch im Sonderangebot? Heißt auf Zombisch, man drückt hier die Nummer 1, das ist mit Tonbeispielen. Das Mikro funktionierte vorhin, bitte mach es an. Nochmal. Jetzt, Sie bitte. Sehr gut. Das wird doch mit der Zombie-Apokalypse. Im Büro. Wer sagt dann, dass die Leute nicht mehr zur Arbeit gehen, wenn sie Untote sind? Dann mach es rein. Also, äh... Ja, ich verstehe. Da drückt man dann die 4 für, und das heißt... ... 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